Moin, herzlich willkommen beim Lohnunternehmen Janssen in Rede. Heute ist es soweit. Heute ist Maisfeldtag. Ich habe euch im Mai schon einen kleinen Einblick gegeben und jetzt stehen wir auf dem Acker. Wir haben hier einen Sandboden. Wir haben hier 30 Kubikmeter organische Dünger ausgebracht. Dann haben wir Unterfußdünger 150 Kilo, 1616 und 80.000 Körner pro Hektar gesät. Wir haben hier Pflanzenschutz nach Bedarf ausgebracht und ja, das ist das Ergebnis in voller Pracht. Also wer noch kurz entschlossen ist, heute am 5.9.24 um 19 Uhr Maisfeldtag zu gemütlichen Gesprächen, leckerem Essen bzw. guten Mais. Bis später. Wir sehen uns. Janssen Rede